ja unendlich das zeichen für unendlich ist größer als man denkt da mache ich jetzt mal wieder einen verrückten versuch ich gehe ja gerne an sachen ran so dass man wirklich auch dahinter steigt ich weiß noch gar nicht wo ich es reinpacke vielleicht unter interessantes und wissenswertes in die playlist und auch einmal unter grenzverhalten wenn ihr bei funktionen seid und das grenzverhalten untersucht da hatte ich ja so ein bisschen umgespielt ihr tapselt ob dame oder herr im koordinatenursprung los und wandert dann entweder 123 und so weiter unendlich lange nach rechts oder minus 1 minus 2 minus 3 unendlich lange nach links und guckt dann entsprechend was macht der graf wo kommt er her wo geht er hin und jetzt mal wirklich über unendlich naja drüber nachgedacht nehmen wir einmal die natürlichen zahlen ob jetzt mit null oder ohne null ich nehme sie jetzt mal ohne null es geht bei 1 los dann zwei dann drei dann vier naja und wie lange kann ich jetzt die reise antreten da könnte man jetzt mal blöderweise hinschreiben das sind unendlich viele zahlen weil ich höre ja nicht auf das ist ja keine kein kein maß ich kann ja nicht sagen etwas ist unendlich lang ich kann jetzt hier grob mir vorstellen okay ich fange jetzt mal an zu zählen 1 2 3 4 5 6 7 und hören die auf jetzt kommt das nächste paket die ganzen zahlen da kommt ja dann entsprechend noch dazu hier sind nur jetzt mit drin 1 minus 1 2 minus 23 minus 3 und so weiter und so fort jetzt könnte man ja sagen okay hier hatten wir schon alles ab 1 unendlich jetzt kommt genau die gleiche menge noch mal dazu nämlich mit minus 1 minus 2 minus 3 und auch noch die null aber das jetzt so verschwindend gering da könnte man jetzt sagen du bist ja eigentlich ist das ja das unendliche dann und noch mal mal zwei aber was heißt jetzt schon zweimal unendlich das muss ja wieder unendlich sein und jetzt mal der gedankengang dann kamen ja die rationalen zahlen also auf dem zahlenstrahl 0 1 2 3 und so weiter minus 1 minus 2 minus 3 habe ich mal hin und jetzt die pakete dazwischen also zum beispiel ein halb und dann auch noch die ganzen zahlen irrationale zahlen wurzel 2 und pi um das jetzt mal darzustellen und sich zu fragen ja was passiert denn jetzt hier ist hier zwischen die anzahl der zahlen auch wieder unendlich weil hier ist ja ein begrenzter abstand dazu kann man jetzt mal folgendes experiment machen 0,2 1 3 4 5 und so weiter liegt irgendwo dazwischen 0,4 3 8 5 7 0,5 6 1 2 4 die zahlen liegen ja alle zwischen 0 und 1 so jetzt könnte man ja sagen okay die liste ist irgendwann eigentlich fertig dann könnte ich eine neue liste machen mit 0,2 und gehe jetzt einfach einmal cross over hier durch 0,2 3 1 was auch immer dann hier für eine zahl steht diese zahl wird ja auf keinen fall in dieser liste stehen also ist es wieder eine neue zahl jetzt könnte ich ja sagen naja aber dann packe ich die zahl doch einfach unten dran wie viel auch immer ich hier hingeschrieben habe 0,2 3 1 und so weiter dann kann ich die geschichte ja noch mal wieder neu anfangen und mir wieder eine neue zahl basteln und schon wieder kommt eine dazu und zu dem eigentlichen unendlichen hatte ich die minus dazu gepackt und jetzt auch noch unendlich viele dazwischen und das wollte ich andeuten mit unendlich ist eigentlich größer als man denkt diese spielchen braucht man gerade für das hilbert hotel weiß nicht ob ihr das mal angesprochen habt macht man heute wahrscheinlich kaum noch wo ihr ein hotel habt mit unendlich vielen plätzen was ausgebucht ist und dann kommt erst eine person dann kommt ein bus dann kommt ein bus mit unendlich vielen leuten dann kommen unendlich viele busse und viele sagen natürlich was soll ich mit dem mist ich wollte hier nur mal einmal noch mal rein grätschen in die unendlichkeit ich habe ja auch immer darauf hingewiesen wie gefährlich es ist damit zu rechnen mit unendlich plus unendlich oder irgendwie was in der geschichte mit zweimal unendlich das wie gesagt nur mein einblick angefangen mit ich fange an zu zählen 1 2 3 4 5 6 7 dann kamen die negativen zahlen dazu die zwischenbereiche eigentlich ein endlicher abstand aber ihr seht das spielchen das kann ich wiederum unendlich lange machen bevor der kopf zerspringt könnt ihr jetzt überlegen das paket wegzuschmeißen oder was weiß ich projekte auszustarten die faszination unendlichkeit